7,2 Mana alle 5 Sekunden Warum auch immer so wenig, aber ok Sterbt alle Tja, was ist da? Ich glaube er mag mich nicht Jetzt schau ich mich jetzt reingeschneid Hihi, da kann man nicht weiter Da kam er nicht weiter Da kam er nicht weiter Ich würde mich gerne killen lassen Damit ich wieder mit vollem Leben zurückkehre Ah, ich hab ne Idee Leite mich, Winterweg So, jetzt kill der mich Und da bin ich wieder Hihi, sehr nice Blutrausch Leute, wie hab ich das abgebrochen jetzt ne? Das hab ich jetzt aber nicht I use my passive Passive Was? Ok Ich funktioniert meine Agrad nicht mehr Dann gehe ich in die Stadt mal hier Hallo ? Oh, ich hab beide, ich hab beide Kommt ruhig näher ran Kommt ruhig näher ran Kommt ruhig näher ran Kommt ruhig näher ran Lalalalalala Ja, ich kann ja nicht viel machen, wenn ich das Ding vor meinen Turm haue, dann müssen sie durch. Wenn wir das nicht machen, so, dass wir machen es nicht. Lalalala, lila, 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 lila. War voll Spaß, wenn du Level 6 bist, übel so gut farmen dann. Ist ja keine Ulti, die du nur einmal einsetzen kannst, die kannst du ja wirklich mehrmals einsetzen. Ich möchte da jetzt eigentlich der Jinx alles weg farmen. Genauso wenig, ich möchte aber auch meine Buffs verlieren, deswegen. Okay, da ist gerade auf der Mid was los. Ich gehe mal mit hin. Jawoll, nice. So will ich das sehen. Oh, oh, Jinx. Ich überlebe das, oder? Ja. So, fahren wir hier mal. Und gehen wir nach unten. Und dann suchen wir mal alle hier runterlocken. Und dann schauen wir uns das nearby. Gib dir mal ein bisschen. B. Äh, ich habe es, erst gesagt. ja bald wird es ganz schön unser level genauso wie jinx ich glaube ich muss die führung übernehmen auf unsere hin weil ich mittlerweile schnell bin dann werde ich mal mit dem zauberstab holen jetzt habe ich ein bisschen besser momentan und dann kann ich mir auch gleich mal so da kommt alle her Na kommt alle her. Kommt alle ruhig in den Kreis rein, das macht nix. Ich habe keinen Mana mehr. Das ist uncool. Aber ich überlebe es. Ich überlebe es. Haha ich habe es überlebt. Okay Jings hat es aber nicht überlebt, das ist doof. Und Akali ist auch da. Jawoll, nice. Pantheon ist doch noch drauf gegangen. Aber ich hoffe, dass hier nichts passiert. Ich müsste eigentlich mal wegen Mana weggehen. Ich gehe mal back. Ich hoffe, sie bleibt jetzt auch hier. Sehr nice. Sie haben sogar noch einen Turm gekillt. Das heißt, ich kriege mehr. Zeug, mit dem ich mich ausrüsten kann, nehme das für das hier. Sie tut sich also mit Vasallen heilen. Das heißt, why the hell so ist es. Oh, Fiora. Spiel doch bitte sicher. Sicher, 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 das ist sicher. Oh, ho, 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 ho. Und hier kommt die Mana auch noch. Nice. So macht man das. So macht man das. So macht man das. Hihihihi. So, dann hau ich jetzt hier meine Ulti rein. Die nicht durchhält. Oh mein Gott. Äh, ich bin ein Ei. Ja, nice, er hat noch gekillt, ey, ist das geil. Sehr nice. Ich hab's gar nicht so geachtet, dass der Turm so still dabei, aber ist ja auch egal. Armschutz zu suchenden, Rüstung, Fähigkeitsstärker. Bin ich mit der Fähigkeitsstärker bei 133 und kann mir auch noch Schuhe holen, die bei diesem Vieh wirklich unglaublich wichtig sind. Am Anfang zumindest. Am Ende werde ich die Schuhe dann wahrscheinlich lassen, weil ich bin zwar langsam, aber ich werde auch nicht so schneller durch die Schuhe. Jo, die stirbt. Oh. Oh. Leute, fokus, Akali. Leute, fokus, Akali. Oh mein Gott. Das ist... Oh. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch hin. Komplett gef... Ach, Mist. Ich dachte, ich kriege die eventuell in meiner Ult. Aber da haben es so viel Leben gehabt jetzt, ne? Da brauche ich auf jeden Fall mehr Fähigkeitsstärke noch. Und das Noob im Chat ignoriere ich übrigens konnte. Wenn ihr mal mit mir spielen solltet und sowas in den Chat reinschreiben soll, wie Noob... Äh, Report this... Fucking... Was weiß ich alles. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich das gekost ignoriere, weil auf solche dumme Sprüche... Äh, höre ich nicht. Das ist mir eindeutig zu blöd. Man kann sich ja auch in so einem Spiel, wenn mal einer einen Fehler machen sollte, was ja nicht unmenschlich ist, kann man sich ja gezimt verhalten und sagen, ey, du hast den Fehler gemacht, wäre nett, wenn du das beim nächsten Mal nicht so machst. Und nicht, ey, du scheiß Dreckspenner, du hast kein Leben und deine Freunde sind scheiße und was weiß ich, wie das manche Leute sich einfallen lassen. Würde ihr das auch grad machen? Ne, okay. Weil ich will mir grad die Viecher geholen. So, weil ich will mir hier mal ein bisschen was, Lebens-Fashion, äh, Level-Fashion und sowas erreichen, aber auch Geld-Fashion. Oh. Das war natürlich ein Fell jetzt. Jetzt habe ich... Oh, jetzt muss knapp. Jetzt wird's knapp. Stirb, stirb, stirb. Oh mein Gott. Uh. Das war knapp. Ich habe diese Verdärmung schon einmal gespürt. Back here. Bevor ein Alkali hier um die Ecke geschneit kommt. Chim, 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 chim. Flieg, Vogel, flieg. So. Alkali ist da hinten, sehe ich. Oh, das wird ein Totes in Fiora, glaube ich. Ah, nice. Das Stundenglas kann ich mir leisten jetzt. Na, also, das ist schon mal schön. Wir sind... ...Dieter ist nicht aufzuhalten. Ich komme, ich komme, ich komme. Nice. Ja, sorry, ich kann nicht hexen. Wenn mein Ass erzielt, wenn mein Ass erzielt. Double Cuts. Push das Lane. Push, 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 push. Jinx, zeigt nur, wie man das macht. Na, komm her. Ich gehe da nicht zu nah ran, Jinx. Das ist, glaube ich, nicht so die gute Idee. Und... Moin erleben. Das war's für sie. Äh, nee, im Sinn. 4, 3 gegen, 3 gegen 2. Okay, alles klar. Das würde ich mal sehen. Ich glaube, ich brauche als nächstes. An sich dann habe ich auch noch nicht nur Konfit drin gehabt. Und zwar gibt es ja noch dieses... Ähm... Moment. Den hier gibt es auch, den will ich mir auch holen, natürlich. Damit ich extrem viel Mana habe. Der gibt mir Fähigkeitsstärke plus Mana plus Leben dazu. Also werde ich ein AP tränke im Endeffekt. So, dann begegnen wir uns mal. Ja, richtig, Strecke. You have eight deaths. Äh... Double KS. Penis. You have... Äh... Ja, genau. Also Penis ist... Oh, vergleich. Fuck the world. Ich sehe, gerade hier ist... Äh... Was mit dem Farm. Los, mir diesen Farm. Näh. Ah, ah. So macht man Farm. So macht man Farm. Und ich brauche das Geld jetzt auch. Also ich habe am Anfang ja... Jinks reported. Äh, Quatsch. Supported. Aber jetzt brauche ich das Geld selber. Wenn ich jetzt auch Tank spiele. Stirb, 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 stirb. Ich habe diese Verdäffung schon einmal gespürt. So. 18 Mana gehe ich dazu. Das heißt, es geht auch ganz schnell. Wie wollte ich denn? Ich brauche. Verbraucht... Ähm... 50 Mana pro Sekunde. Ja gut. Also brauche ich einfach eine Mana-Regeneration von 30, 40 und dann hat sich die Sache. Das will jetzt nicht unbedingt schwer sein. Ich habe jetzt schon 20. Und das war viel. Genau, so habe ich das zwar nicht geplant, aber es stört mich nicht wirklich. Ich bin gestorben. Dafür stirbt jetzt der ganze Rest des Teams. Und sie ist tot. Jawohl. Nice. Das war doch mal eine gute Aktion. Ähm... Leben und Mana. Das ist klar. Man hat uns weniger, ähm... Interessiert einen auch, wie viel man hier unten halt bekommt. Weil halt das Mana...